Hallo lieber Bernd, du bist in Stuttgart geboren und wohnst seit schon über 30 Jahren am Rande des Nordschwarzwaldes. Ja, in Jettingen, das ist bei Nagel, das ist die letzte Ortschaft im Landkreis Böblingen. Schön und jetzt sind wir bei dir und du bist ein leidenschaftlicher Fotograf, obwohl du ganzes Leben im IT-Bereich gearbeitet hast und jetzt bist du in Ruhestand. Ja, ich habe eigentlich Schreiner gelernt und bin dann intern in der Firma, inzwischen schaffte fast jeder als ITler irgendwo. Echt? Ich dachte, das ist so kompliziert. Ja, aber du machst ja automatisch, kommst du, wenn du sowas lernst. Ich habe bei der Daimler AG gelernt, damals Modellschreiner und die haben ja die Karosserie designt, also nicht designt, aber nachher, nach dem Design praktisch die Karosserie als Modell gebaut und darauf kommt man und irgendwann wurde das IT-mäßig abgebildet, solche Sachen. Da wurde das nicht mehr handwerklich gemacht, sondern eben mit IT- und NC-Fräsen und da ist man dann halt reingerutscht. Aber das hat dich nie erfüllt irgendwie so? Ja, das ist alles okay. Warum brauchst du noch die Fotografie oder war das nebenbei? Das war nebenbei, das ist ein Hobby. Das habe ich schon immer gemacht. Mit 14 habe ich schon angefangen, habe meine erste Kamera gehabt. Und was war dein erstes Motiv? Oder was wolltest du damals fotografieren? Das erste Motiv? Ja. Das war so eine kleine Minox-Kamera. Also davor hatten wir halt so kleine Kassettenkameras. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst, so diese Instamatic-Kameras mit Kassette, Blitzwirbeln oben. Hat man alles fotografiert, was so geht. Und bist du durch die Straßen gerannt und was hat deinen Blick angezogen? Alles eigentlich. Ich habe alles fotografiert. Hochspannungsmasten, Haustüren, irgendwelche Leute, meine Schwester, Familie, Urlaub, überall. Und als du Resultat ansahst, welche Fotografien haben dir am besten gefallen? Oder was ist dir dann aufgefallen? Was war schön für dich? Ja, also mich hat immer mehr irgendwie immer Leute mehr interessiert. Also Landschaftsfotografie ist ja schön und das mache ich auch furchtbar gern, weil man sich da Zeit nehmen kann. Aber Leute fotografieren oder Porträts oder Experimente oder sowas, das ist natürlich schon interessant. Aber das hat natürlich eine Weile gedauert. Also mit 14, 15 oder nachher 16, wo ich in der Lehre war, da hat mich solche Sachen nicht gedacht. Ich habe dann meine Kumpels fotografiert oder beim Daimler in der Werkstatt fotografiert oder irgendwelches Zeug da, was man halt so gemacht hat. Dann habe ich auch angefangen, selbst zu entwickeln, ein Fotolabor, also schwarz-weiß. Und da hat man natürlich dann auch für andere Leute was fotografiert, die wurden gesagt, oh, machen wir mal ein Bild, dann kann ich das Bild brauchen. Passbilder und so Sachen. Da habe ich viel gemacht und so groß. Aber war das früh anders als heute? Ja klar, heute ist es. Kann jeder fotografieren? Technisch gesehen kann heute natürlich jeder fotografieren. Viele fotografieren auch bloß mit dem Handy. Ein guter Freund von mir zum Beispiel fotografiert, fast ausschließlich mit dem Handy und macht auch hervorragende Bilder und zwar auch künstlerisch wertvolle Bilder, die dann auch geraumt werden, ausgestellt werden. Und was ist für dich künstlerisch wertvoll? Für mich künstlerisch wertvoll? Ja, Geschmacksach, da kann man lange darüber diskutieren, was ist überhaupt Kunst. Aber ich meine halt, wenn etwas eine gewisse Aussage hat, wenn es handwerklich, also meiner Meinung nach handwerklich gut gemacht ist, ob das jetzt mit dem Handy gemacht ist oder nicht. Aber was ist das Handwerk mit dem Handy? Ja, du musst ja auch einen Ausschnitt wählen, du musst es nachher bearbeiten oder du musst dann nachher so hinkriegen, dass es, wenn es an der Wand hängt, auch super aussieht. Und das ist natürlich, das gehört für mich zum Handwerk dazu. Also ein Bild zu fotografieren ist das eine, aber danach das zu präsentieren, da gehört natürlich was dazu. Weißt du Photoshop? Muss ja nicht. Oder den Rahmen? Zum Beispiel der Rahmen, ja. Also wenn ich ein Bild sehe, wo überhaupt ein völlig bescheuerter Rahmen hat oder gar keinen mit Reißnägel an der Wand genagt ist, das ist, wenn es einer bewusst so macht und sagt, diese Fotos hängen jetzt mit dem Reißnagel an der Wand, dann mag das irgendein und eine Berechtigung haben. Aber meiner Meinung nach gehört zu einer Präsentation eines Fotos auch was dazu. Da gehört vielleicht eventuell ein Passepartout dazu und schöner Rahmen. Also du siehst bei mir, meine Bilder sind meistens alle mit Passepartout oder mit Rahmen. Und was ist das für ein Bild? Das hier, das ist die bange Stunde. Das wird ja noch gerahmt, also das ist jetzt noch nicht gerahmt. Das wird dann so gerahmt, dass es in einer Art Schattenfugenrahmen drauf ist. Und so wie das hier drin, dann sitzt es so abgehoben mit einem schwarzen Rahmen draussen rum und die bange Stunde. Ja, möchtest du jetzt wissen, um was es da geht bei dem Film? Ja, da gibt es so einen Spruch dazu. Willst du es vorlesen oder weißt du das auswendig? Den weiß ich nicht auswendig. Lassen du mal vor. Weißt du nicht auswendig? Nee, weiß ich nicht mehr auswendig. Darf ich nochmal vorlesen? Die Kälte des Mondes in der Unendlichkeit des Raums. Für den Mensch gerade noch vorstellbar, aber dann. Eine Stunde unserer irdischen Zeit hat 60 Minuten. Doch torkeln wir nicht wie Blinde durch die Zeit? Wie lang oder kurz ist eine Stunde? Unser Weg führt vom Leben zum Tod. Von warm zu kalt. Von hell nach dunkel. Die Zeit ist unerbittlich. Mir wird Bank. Hast du das selber geschrieben? Ja. Und wann hast du das erspürt? Als du das Bild gemacht hast? Oder wie war da die Geschichte? Die Geschichte von dem Bild ist… Ich weiß gar nicht, wie sich das ergeben hat. Also es war so, dass ich bei einer Ausstellung mitgemacht habe, wo das Thema war… Bange Stunde. Was bedeutet überhaupt bange Stunde? Eine bange Stunde. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe halt überlegt, wie könnte man denn was machen, wo eine Stunde drauf ist. Und jetzt ist das so, dass da unten eine Skala ist. Das sind 60 Minuten. Und in Blindenschrift oben drüber von 1 bis 60 die Zahlen. Und dann geht es natürlich von warm, dem schönen Porträt. Von wem? Was ist das Mädchen? Das Mädchen, die Sandra. Das Mädchen guckt auf den kalten Mond. Und der kalte Mond, dieses bläuliche Aura um den Mond rum. Und dann wird es noch von hell nach dunkel. Und das ist alles. Das sind, glaube ich, fünf verschiedene Aufnahmen. Und die sind dann zusammen integriert worden. Also das ist eins meiner ersten Bilder, wo so Composing ist. Das heißt, mehrere Bilder ineinander geschachtelt und eben ein Kunstfoto erschaffen. Ein Kunstbild, das eigentlich so nicht existiert, sondern eben aus verschiedenen Aufnahmen. Aber wo legst du die da drauf? Im Programm oder wie legst du die da drauf? Fünf verschiedene Bilder? Das sind verschiedene Aufnahmen. Und die werden dann im Rechner eben zusammen gebastelt. Solche Sachen gehen halt sehr gut mit digitalen Produkten. Ja, also da ist der Mond, die Frau und was sind noch drei Bilder? Dann gibt es den Hintergrund, der ich glaube, aus drei Bildern gemacht. Die Aura ist auch noch extra. Und ist das schwierig, der Mond, der ist so präsent da? Hast du den Mond fotografiert? Da brauchst du Lupe oder wie ist das so nah geworden? Das ist ein ziemliches Teleobjektiv und dann eben beim klaren Vollmond, Nacht. Dann sieht man so. Das ist ja mal schön, ne? Ein schöner Mond, ja. Man kann kaum glauben, dass es eine Fotografie ist. Nicht aus irgendwelchen, die da im Kosmos fliegen. Ne, das habe ich fotografiert. Ne, das habe ich fotografiert. Den Mond, der ist also schon meiner. Ja. Schön. Und dann war das Ausstellung zu diesem Thema. Bei einer Gestunde waren andere. Das war dann die Ausstellung. Das Bild ist dann zwei Meter breit gewesen und ich glaube 60 Zentimeter hoch. Und wurde da ausgestellt und habe dann auch den ersten Preis gewonnen für dieses Bild. In Stuttgart? In Stuttgart. In Stuttgart. Und was hast du gekriegt? Hä? Was hast du gekriegt? Eine Urkunde. Das habe ich in sowjetischen Zeiten sehr oft benutzt. Ja, du kriegst halt. Die Taktik. Das ist ja auch, sagen wir so, das ist ja der Spaß an der ganzen Geschichte und solche Sachen. Ich mache das ja nicht beruflich. Ich mache das ja, weil es mich freut, weil ich irgendjemand vielleicht auch Freude damit bereiten tue. Wenn ich eine Ausstellung mache, dann freut es mich, wenn viele Leute kommen. Schön. Und was sind noch deine, welche Fotografien haben dich selber besonders berührt? Oder du kannst sagen, das ist eine meiner Lieblingsbilder. Eines meiner Lieblingsbilder. Gibt es solche? Nö. Nö. Wenn jetzt jemand zu dir kommen würde und sag mal, zeig mal was du fotografierst. Zeig uns irgendwas. Also wenn du bei uns ins Haus kommst, siehst du an jedem Eck der Wand Bilder von mir. Und das sind eigentlich alles meine Lieblingsbilder. Also es gibt kaum welche, klar gibt es Bilder, wenn ich fotografiert habe, die man nie irgendwo veröffentlicht, nie vergrößert oder nie irgendwas mitmacht. Da gibt es viele, unheimlich viele. Früher habe ich mit Film fotografiert. Also das Studio hier, das wurde 2001 gebaut. Und dann habe ich hier unheimlich viele Fotografien gemacht von Leuten, Aktfotografien, Porträts, Experimente. Ich habe hier einen elektrischen Flaschenzug, da habe ich dann die Leute am Fuß hochgehoben, dass der Kopf nach unten ist. Hast du das noch? Die Bilder habe ich noch, das sind die Porträts, die sind schon öfters ausgestellt worden. Das heißt, ich mache ein Porträts, wenn jemand nach unten hängt und drehe sie dann Raum. Und was willst du damit bewirken? Damit siehst du, dass der Mensch eigentlich völlig anders aussieht, wenn die Schwerkraft von der anderen Richtung kommt. Das war ein Experiment, das war richtig, da hatten wir auch viel Spaß dabei gehabt. Dann habe ich die gespiegelten Gesichter gemacht. Danach, wo es fertig war, die ganze Aktion und wo ich die Ausstellung gemacht habe, dann kam einer um die Ecke. Und zwar der berühmte Walter Schels aus Hamburg. Der hat das schon vor 30 Jahren gemacht. Allerdings eben relativ, wie soll ich sagen, handwerklich eben. Er hat ein Foto fotografiert, hat es vergrößert, hat es einmal rumgedreht, das Negativ nochmal vergrößert, hat es auseinander geschnitten und zusammengeklebt. Und ich habe das Ganze elektronisch gemacht. Das heißt, wenn ich dich fotografiere und spiegle, einfach so ganz normal den Kopf, dann hast du natürlich hier eine Haarsträhne, die da plötzlich auch ist. Und im anderen Bild gar keine mehr. Deswegen muss man bei solchen Sachen eigentlich nur das Stück hier spiegeln und den Rest lassen. Bist du nicht dann auf der Straße gelaufen und alle Menschen nur von Gesichtshälften gesehen? Nein, aber es war interessant, wenn die Leute in der Ausstellung waren, weil das Originalfoto ist nicht dabei gekannt. Es sind nur die gespiegelten Bilder an der Wand gewesen. Also nur einmal zweimal rechts, zweimal links. Wie viele Bilder waren das insgesamt? Ich glaube zehn, also dann waren es zwanzig. Also zehn Personen und jeweils gespiegelt. Und es ist schon interessant gewesen. Es ist auch ein seltsamer Trick, wenn du eine Ausstellung machst und du machst zum Beispiel Personen überlebensgroß. Wie? Überlebensgroß. Also größer als natürlich. Aha. Dann wirkt es auf die Leute, ich will nicht sagen erschreckend, aber interessanter. Nur Gesicht oder ganz. Wenn du zum Beispiel nur Gesicht vergrößerst Meter auf Meter. Das wirkt ganz anders, als wenn du es eben so machst, wie es normal ist. Und du hast dich noch irgendwie mit Öl und Mehl eingeschmiert oder sowas? Ja, das war ja bloß ein Witz. Das ist mein Kumpel von mir, der hat mich mal fotografieren wollen. Das war aber schon lange her. Hat Spaß gemacht? Es hat Spaß gemacht, aber es war wirklich grausam. Also das Foto hing dann auch irgendwo in einer großen Zahl von einer Firma, auch überlebensgroß. Und ich habe, ich weiß gar nicht, wie es genau war, erst mit Öl eingeschmiert, dann mit Mehl bestäubt und dann Wasser drüber laufen lassen. Und dann hat dich fotografiert. Hast du das Foto? Ja, der hat mich dann fotografiert. Er hat dich dann fotografiert. Ich habe das Foto nicht mehr. Es sieht furchtbar aus. Und dann noch irgendwelche Kunstrosen mit Leukoplast am Rücken festgeklebt. Und das Dumme ist ja, Wasser, Mehl und Öl gibt einen schwäbischen Spätzlesteig. Ach so. Es geht nicht mehr weg. Oh mein Gott, da musst du in der Wanne liegen. Alles langsam. Also das war grausam. Ich habe so ähnliche Sachen gemacht. Hast du denn mit anderen das Gleiche gemacht? Nein, nicht ganz so. Was hast du denn? Also das waren so Experimente. Also hier mit Aktfotografie, wo auch ein bisschen mit Sand bestreut oder irgendwelches. Aber dann ohne Wasser und Öl. Also nur so. Ja, das war Sand, glaube ich. Aber was ist für dich Ästhetik dann? Die Frage zu dem Bild. Ja, wie soll ich das erklären? Die Ästhetik. Ich meine, ob solche Bilder jetzt ästhetisch sind, liegt ja im Auge des Betrachters. Also der eine findet das ästhetisch, der andere findet das ästhetisch. Also du meinst, es ist nicht... Es gibt ja... Ich glaube nicht, dass es eine globale Ästhetik gibt, oder? Gibt es die gar nicht. Aber eine Blume ist das ästhetisch, das ist schön. Ja, manche finden die furchtbar. Hässlich. Ja. Also das heißt, dann ist alles nur Geschmackssache? Würde ich behaupten. Also der Mensch hat ja unterschiedliche... Also sagen wir so, es gibt Leute, die finden jemanden schön, der andere sagt, der gefällt mir gar nicht. Das ist doch wie bei allem, also... Warum redet man dann über diese Sachen Ästhetik, Schönheit, Sinnlichkeit, sowieso Geschmackssache? Ja, die meinen vielleicht auch andere Ästhetik. Es gibt natürlich Sachen, wo wenn du das veröffentlichst, dann eckst du an, weil eben die Mehrheit der Menschen das nicht schön finden oder unästhetisch. Das ist ja auch wie Geschmack. Es gibt Menschen, die essen liebend gern lebende Insekten zum Beispiel. Manche, die mögen das überhaupt nicht. Ja. Und viele. Das ist ja... Erziehungssachegeschmack. In Afrika gibt es einen Stamm, die fangen im Sommer Fliegen. Weil es da so viel Fliegen gibt, machen dann Brei draus und essen den. Der ist sehr nahrhaft. Aber ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich ein Brei aus tote Mucke esse. Also... Ja, weiß ich auch nicht. Das ist ja Erziehungssache. Aber nochmal, ich finde das Bild sehr ästhetisch und schön. Ja? Obwohl ich aus anderen Ländern... Das ist ja jetzt auch wieder... Manche sagen, um Gottes Willen, sowas furchtbar aus. Kann ich mir vorstellen. Viele haben ja auch ein Problem mit Nacktheit oder mit Aktfotografie. Was findest du schön an dem Bild? Was hat dich an dem Bild? Ja, mich interessiert in so einem Fall, sagen wir mal, die Form. Also wo was ist, wo der Schatten ist. Und es wurde ja dann nachher auch noch mit... Jetzt weiß ich schon gar nicht, wie das heißt damals. Das ist ja noch ein Foto von 1997, wo von einem Negativ original vergrößert wurde und dann in Chemie entwickelt. Und deswegen fängt sich das ja auch langsam an zu verändern, das Ding. Es war mal ganz blitzeblau, aber jetzt sieht es da hier so rötlich aus. Also ich finde das gar nicht schlecht. Es wurde dann mit... Jetzt weiß ich nicht mehr, wie der Toner heißt. Kann man das Fotopapier einfärben. Ja, das konnte man früher machen. Könnte man heute vielleicht auch noch, aber heute gibt es ja nur noch Digitaldrucke. Und wenn ich mir das Originalfoto von einem Negativ machen lassen möchte, dann wird es schwierig. Aber ist es nicht so, dass es heutzutage eben deswegen der Beruf vom Fotograf geht, verloren und wird weniger geschätzt, weil es so einfach ist? Ja, die Leute meinen, es ist einfach. Aber ich glaube, ein richtiger Berufsfotograf, der es gelernt hat, der kann es schon ein bisschen besser. Weil er muss sich jetzt halt darauf konzentrieren, dass er noch besser ist, wie der normale Hobbyfotograf, so wie ich. Schaust du dann irgendwelche aktuellen berühmten Fotografen oder deren Bilder oder gehst du... Ja, sicher. Das guck ich schon. In so Ausstellungen, in so eine Sache. Also... Welche Berufe gibt es überhaupt jetzt in Fotografie? Also wenn wir jetzt einen jungen Menschen treffen, was würdest du ihm sagen? Geh das studieren, nachher kannst du da, da und da arbeiten. Also sagen wir mal so, der Handwerk des Fotografen, so wie ich es damals mitgekriegt habe, die hast du gerufen, Fotograf, wenn du Produkt fotografiert hast, wenn du Leute, wenn irgendwas beworben wurde in der Werbebranche, da kann ja keiner kommen und einfach mit seinem Hobbywissen da irgendwelche Fotos machen. Die sind schon noch gefragt, die braucht man auch noch. Man braucht ja Fotostudio, zum Beispiel wenn man Autos fotografiert für Werbebroschüre. Aber das ist keine Kunst? Sicher. Da kommen wir ja wieder zu der Frage, was ist Kunst? Also es gibt auch berühmte Fotografen, zum Beispiel die René Staud Studios bei uns hier in Leonberg, die machen Kalender und machen auch großformatige Fotos von ihren Autofotos. Die sind schon Kunst, also sowas kriege ich zum Beispiel nicht hin. Aber warum hast du gesagt, von der Kunst kann man nicht leben? Ich? Also da kann man schon davon leben. Ja, da kann man schon davon leben, aber es wird schon schwierig. Schwierig. Vor allem die Bilder vielleicht malen. Malen? Ja gut, aber ich bin ja der Vorsitzende vom Stuttgarter Künstlerbund und bei uns gibt es recht wenige Berufskünstler, weil es eben eine Geschichte ist, du musst jemanden treffen, der deine Kunst nachher für Kunst empfindet und es auch wert findet, da Geld dafür auszugeben. Ich meine, das Leben heute ist nicht so billig wie, ja gut, es war noch nie billig das Leben, aber um von der Kunst zu leben, da muss ich schon ordentlich Gas geben. Also das ist nicht so einfach, glaube ich. Du meinst, die Vermarketing, also das zu verkaufen ist sehr schwierig. Das ist vermutlich bei sowas, wenn ich davon leben will, ist das die Hauptsache. Da wurde dann, und das ist natürlich auch die Gefahr dabei, da muss ich dann meine meiste Energie hineinstecken, um das loszuwerden, um es zu verkaufen und da leidet dann natürlich vielleicht auch die Kreativität. Also ich habe es selber auch festgestellt, ich habe eine Zeit lang viele Hochzeitsbilder gemacht. Und wenn du es machen musst und wenn du drauf, ich war ja nicht angewiesen, dass ich Geld dafür gekriege, ich habe es meistens auch umsonst gemacht, aber wenn du was machen musst, macht es erstens weniger Spaß und ich glaube, es leidet auch ein bisschen die Qualität drauf. Weil du dich anpasst an das, was die wollen, die anderen wollen. Ich passe mich an das an, was die wollen, klar. Ich mache ja nicht mehr das, was ich will, ich mache das, was ein anderer will. Und das macht ja jeder Berufsfotograf, der macht das, was ein anderer will. Das ist, was er will. Es gibt viele berühmte Fotografen, die nebenher dann ihre eigene Linie fahren und sagen, ich mache irgendwelche Kunstfotografie, ich stelle aus, ich mache was Tolles. Das gibt es richtig gut. Und der Staat, der hilft zum Beispiel diesem Künstlerbund. Erzähl mal, wie funktioniert der? Der Künstlerbund ist ein ganz normaler Verein. Wir kriegen von der Stadt Stuttgart ein bisschen Förderung vom Kulturamt. Wir haben unseren Sitz im Kunstgebäude. Das gehört im Land Baden-Württemberg. Mit denen sind wir gut unterwegs. Aber wir sind jetzt nicht ein Berufsverband, wo Berufskünstler unterstützen kann. Das können wir gar nicht. Ja, ja. Also zurück ganz kurz zu der Fotografie. Das ist Aktfotografie. Das war das. Was ganz verrücktes. Das ist Aktfotografie gewesen. Da haben wir auch viele Experimente. Da haben wir eine Ankerkette besorgt von einem Schiff. Ich stelle es auch da hin. Wo hat das her? Die Ankerkette? Ja, vom Schiff. Ich weiß gar nicht. Irgendein Bekannter hat so eine Kette gehabt. Ach ja, ein Bauer war das. Von einem Bauern. Die haben ja solche Ketten, wo sie irgendwelches Zeug rumziehen. Also das ist ein Junge, oder? Nein, das ist ein Mädchen. Ein Mädchen? Ja. Die ist ja schon 30. Ja, man sieht die Busen nicht. Deswegen denkt man, es wäre ein Kind. Die Haare sind davor. Die war sehr gelenkig. Da hat man schon so verrückt. Es ist ja auch nicht immer schön, wenn du jetzt immer alles gleich siehst bei so Aktfotografien. Und ob das jetzt eine richtige Aktfotografie ist, weiß ich auch nicht. Das sieht ein bisschen wirr aus. Das wurde auch nie ausgestellt, so ein Foto. Das ist einfach so Experimente gewesen, wo vielleicht was dabei rauskommt. Wie heißt das Bild? Oder hat es keinen Namen? Das ist auch so ein Experiment gewesen hier. Das gehört auch in die Richtung. Da habe ich einen Pfosten zusammen geschweißt. Also der guckt hier raus aus der Wand. Ja. Und dann hat die halt so verschiedene Turnübungen auf dem Ding gemacht. Aber das sind reine, das sind reine Experimente. Und nachher, weiß ich mal, so rumkehrt sogar. So rum. Aber das war auch gut, wenn sie hängt näher. Aber Doktor und die Haare hängen da näher. So ist fotografiert und so. Ach so. So ist es dann praktisch an der Wand. Und mir gefällt auch so. Schön. Aber das sind nur reine, ich sage ja, mir macht das Spaß und es ist nicht so, dass ich jetzt einfach immer mit Sinn und Zweck irgendwas fotografiere, sondern daraus entwickelt sich vielleicht auch irgendwas. Aus solche Fotos. Ich habe irgendwo gehört, das was du in Freizeit machst, das soll du zu deinem Beruf machen, ja? Und das hast du jetzt gesagt. Da bin ich jetzt nicht so der Meinung. Bist du nicht der Meinung? Nein, weil wenn du nur noch immer das Gleiche machst... Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass wenn du Berufsfotograf bist und dann in deiner Freizeit auch noch fotografierst und sonst nichts anderes mehr, kein anderes Hobby mehr hast, dann wirst du irgendwann... Also ich habe so viele verschiedene Hobbys und mache so viele verschiedene Sachen. Ja, du bist sehr engagiert und aktiv. Also zum Beispiel der erste Vorsitzende im Künstlerbund. Was machst du dann da? Irgendwie organisatorische Sachen? Ja klar, dann machst du die organisatorische Sachen, unsere Ausstellungen organisieren, dann das Ganze, die Organisation eben von so einem Verein. Was könnten die Menschen machen oder was könnte einem Verein helfen, dass die Künstler mehr Raum und Zeit und Geld haben, um zu schaffen? Ach, das ist jetzt eine schwierige Sache. Die ehrenamtlichen Vereine, die basieren ja darauf, dass Leute ehrenamtlich was tun. Also kostenlos. Ja. Kostet ja nichts. Wir werden in Baden-Württemberg, weiß ich, das wird man ja schon, ein bisschen gefördert. Da gibt es die Ehrenamtspauschale für ehrenamtlich Tätige. Das heißt, du kannst ein bisschen Geld kriegen aus dem ganzen Ding. Dann Vereine werden ja auch von der Gemeinde gefördert. Also unsere Vereine hier im Ort, da gibt es unheimlich viele Vereine, haben zum Teil Räume, kriegen irgendwie Grundstücke billiger. Also ich weiß es auch nicht genau, aber auf jeden Fall gibt es schon Förderungen für ehrenamtliche Vereine. Aber wir sind ja, ein ehrenamtlicher Verein ist ja mal, und das ist keine Berufsvereinigung. Also es ist keine Handwerkskammer, es ist keine, weiß der Geier, was es alles gibt für Berufsverbände und für Berufe. Das sind wir ja nicht im Zentrum. Aber freischaffende Künstler können sich einfach da bewerben und dann auftreten, die haben dann Auftrittsbarung. Das kann sich jeder bewerben. Kann sich jeder bewerben. Wir sind einer der wenigen, wo es sehr strenge Aufnahmekriterien hat. Was sind das? Also der Künstler, der sich bewirbt, als Künstler, du kannst natürlich jederzeit Fördermitglied werden und nur Beitrag zahlen, aber dann hast du natürlich keine Möglichkeit, irgendwelche Ausstellungen zu machen. Aber als Künstlermitglied sich zu bewerben, musst du vor einer fünfköpfigen Gremium bestehen. Ja, unsere Künstler, da wählen wir fünf Leute aus, die, wo, sagen wir mal, für diese Richtung, wo der sich bewirbt, ob das jetzt ein Maler ist, ein Bildhauer, ein Fotograf, dann gibt es ja ein gewisses Gremium. Und die gucken sich das an, was der macht und dann, hopp oder top, entweder wird er aufgenommen oder nicht. Alles klar. Also es gibt andere Kunstvereine, die machen das nicht, die nehmen jeden auf, wir nehmen nicht jeden auf. Dafür hat er natürlich den Vorteil nachher, wenn seine Arbeiten nicht mehr juriert werden. Also er ist anerkanntes Künstlermitglied bei uns und er darf prinzipiell machen, was er will. Also er kann dann ausstellen, mit ausstellen, wenn wir ausstellen. Und ihr macht regelmäßige Ausstellungen? Wir machen zumindest regelmäßige Mitgliederausstellungen. Im Moment ist es halt schwierig, weil unser Kunstgebäude saniert wird. Achso, ich dachte, wegen der Pandemie. Wie erlebt ihr das? Die Umstände mit der Pandemie. Ja gut, wir haben natürlich insofern Glück gehabt, Glück haben wir nicht gehabt. Aber die Sanierung des Kunstgebäudes fällt genau in die Zeit der Pandemie. Das heißt, wir haben eh keinen Raum. Mit oder ohne Pandemie hätten wir jetzt keinen Raum. Also wir stellen eben außerhalb unseres Kunstgebäudes aus. Das heißt, wir haben jetzt eine große Ausstellung gehabt im Hotel Maritim in Stuttgart. Drei Ausstellungen. Demnächst haben wir eine Remshalden-Ausstellung im Remstal. Dann haben wir eine kleine Kneipe. Das Ackermanns in Stuttgart, das stellen wir regelmäßig aus. Das machen wir schon seit Jahren. Immer wieder. Das ist eine kleine Fläche, aber immer wieder andere Künstler. Und so arbeiten wir sich halt durch. Das sind aber dann nur unsere Mitglieder, wir ausstellen. Wir haben jetzt also zumindest ein Vor, das wollen wir machen, wenn das Kunstgebäude fertig saniert ist und wir wieder schöne Räume kriegen hoffentlich, dass wir dann auch externe Künstler, die was wir für würdig empfinden, als Verein dort ausstellen lassen. Welche externe, die nicht aus dem Verein? Nicht aus dem Verein, ja. Warum? Ja, weil wir schon meinen, dass wir auch anderen Leuten die Chance geben müssen. In diesem Gebäude auszustellen. Ja, genau. Wir haben regelmäßig früher immer die Studenten der Hochschule ausstellen lassen. Einmal im Jahr haben Studenten die Möglichkeit gehabt, auszustellen. Und so was wollen wir wieder anfangen. In den 90ern, was war es noch? 1990 bist du mit Thomas Kühn nach der DDR gefahren und die letzten Tage sozusagen fotografiert. Das war ja schon nach dem Mauerfall. Der Mauerfall war ja im November 1989. Ja. Äh, 9. November 1989. Und wir sind dann im Februar 1990 rübergefahren. Und wir sind durch die DDR getingelt und haben ich mit der Hasselblatt und der Thomas mit der Roller Flex, 6x6, negative, Schwarz-Weiß-Film, haben wir fotografiert. Und daraus entstand dann eine Ausstellung, die wurde, das ist schon lang her, was jetzt wirklich das Datum nehmen wir, bei uns im Rathaus gezeigt. Und zwar noch mit kleinen Fotos, mit Blechrahmen und also ganz toll gemacht, war aber jetzt nichts besonders, diese Rathausausstellung bei uns. Und jetzt war ja 30 Jahre, 2020 war ja, nee, 2021. Was sind 30 Jahre? Nee, ja, 30 Jahre. Genau, 30 Jahre war die DDR verschwunden. Und das heißt, diese Integration war ja am 3. Oktober 1991. Wurde ja die DDR offiziell für beendet erklärt und es wurde Bundesrepublik Deutschland, also Nagel mit Zwetsch, aber ich meine, so war es. Und dann haben wir am 3. Oktober, 30 Jahre später, noch einmal eine Ausstellung gemacht und zwar genau am 3. Oktober, zum Tag der Deutschen Einheit. Das war ja der Tag, wo praktisch, wir haben eine tolle Ausstellung gemacht, das waren über 30 Bilder. Und im Rathaus wurde die Deutschlandflagge gehiesst, es gab eine Vernissage. Also es war ein ganz tolles Ding und da haben wir, jetzt habe ich ja zwei Bilder da, also das waren dann, die zweite Ausstellung waren lauter solche Bilder in der Größe. Also wir sind durch die DDR, wir sind bei Hof über den Grenzübergang und sind dann durchgetingelt, haben dann verzweifelt, haben alles Mögliche fotografiert. Habt ihr viele Fotos gemacht? Wir haben unheimlich viele Bilder gemacht und wir haben dann auch verzweifelt, was gesucht, wo wir übernachten können, aber das haben wir nicht gefunden. Worüber was? Wo wir übernachten können. Echt, warum? Ja, weil... Kein Hotel? Nichts, gab es nichts. Und dann sind wir weitergefahren bis Berlin und in Berlin war ja gerade die Zeit, wo sie die Mauer zusammengehauen haben. Da war noch ein Grenzübergang, wo du durchlaufen konntest, die Grenzer sind auf der Seite gestanden und viele sind auf der Mauer rumgehopft und haben die Mauer weggehauen. Und das ist hier das Brandenburger Tor und da steht da oben dran, wiev la anarchie. Wiev, das heißt lebe? Lebe die Anarchie. Mhm. Und was bedeutet das? Warum soll die Anarchie leben? Ja gut, es war ja damals, es war ja noch DDR und die wollten ja den ganzen Laden über den Haufen rellen. Die wollten Kapitalismus haben, aber nicht die Anarchie. Ja gut, aber da haben sie das natürlich auch noch hingeschrieben. Ja, das war also diese Reise durch die DDR, da waren die ganzen Deutschlandfahnen oder die DDR-Fahnen, haben sie in den Hammer und Sichel, haben sie rausgeschnitten, haben Sprüche auf die Dinger gehabt. Also das war schon ein Risting. Und die Ausstellung, die war jetzt wirklich gut. Also diese 30 Bilder zur Erinnerung an die ehemalige DDR, die ist gut angekommen. Und die Leute haben sich die Dinger angeguckt, interessiert. Unser Rathaus wurde ja auch vorher saniert und renoviert, da waren schöne weiße Wände dran, war richtig toll. War eine gute Geschichte. Sehr schön, sehr schön. Allerdings ist das, ob das jetzt mit Kunst zu tun hat, weiß man nicht. Ja, warum nicht? Alles, was da rauskommt, oder nicht? Alles ist Kunst. Alles ist Kunst. Aber wenn du in eine Gegend fährst, zum Beispiel wie damals, was soll ein Motiv haben, dass er dich anzieht? Was, der für dich interessant erscheint? Das ist eine gute Frage, weiß ich nicht. Ich kann dir ehrlich nicht sagen. Ich war jetzt zehn Tage in der Arktis und da gehst du ja hin. Das ist ja im Moment noch eine ziemlich außergewöhnliche Reise. Da gehen Leute hin, die wollen da unbedingt zum Beispiel einen Eisbär sehen. Die gehen da hin mit einer Kamera, die haben dann solche Teleobjektive dabei, die stehen Tag und Nacht auf dem Schiff und gucken und gucken, ob die in dem Eis irgendwo einen Eisbär sehen. Und das war eine Expeditionsreise, da waren zehn Expeditionsleiter dabei auf dem Schiff und eine davon war Berufsfotografin. Und da habe ich die mal was gefragt. Es ging um einen Polfilter, ob das überhaupt einen Wert hat, den der Arktis. Dann hat die gesagt, du kannst alles vergessen, brauchen wir alles nicht. Das hat so und so geht es und funktioniert. Und dann guckt die meine Kamera an und sagt, das Objektiv, das ist so klein. Und dann hat sie gesagt, ja, ehrlich gesagt, mich interessiert der Eisbär auch nicht. Ich möchte eigentlich so die Weite, die Stille, das Eis oder wie soll man das erklären, das Licht fotografieren. Und was hat sie dann dir gesagt? Sie hat gesagt, das ist der Erste, wo du jetzt so was machst. Du musst wirklich, ich habe auch Fotos gemacht von den Leuten, die auf dem Schiff stehen, einer nach dem anderen, alles mit solchen Kameras. Vielleicht hast du gar nichts verstanden von der Reise. Ich habe die Reise nicht verstanden. Genau. Guck, hier ist das eine Bild von der Reise, wo ich jetzt kramt habe. Weißt du, soll ich das auch unterholen? Ist das Eis und was ist blau? Das ist so. Wieso? Also das ist ein Bild vom Eis. Ja, und was ist blau? Ist auch Eis. Das war alles so blau. Ach so. Ja, ich habe das etwas erhöht, das Blau. Und das ist dieses gesprungene, gesplitterte Eis, wo das Schiff durchfährt. Und sowas hat mich halt interessiert, die Strukturen, zum Beispiel das schwarze Wasser. Hast du noch mehr Fotografien aus der Reise? Ah ja, sicher, da habe ich bestimmt auch jede Menge. Zum Beispiel? Und da sieht man jetzt übrigens auch, was ich vom Handwerk halte. Also wenn man was macht, sollte man es auch richtig präsentiert kriegen, so wie einem das vorschwebt. Aber jetzt fällt mir auch, da sind noch irgendwelche Risse, ne? Ja. Was ist das für die Risse? Das reißt ja, das Eis. Ach so, da sind große Risse und dann noch? Also das ist ja hier total durch und da ist das Eis gesplittert, mehr oder weniger, wie Glas. Das war halt so, das was mich interessiert hat auf dieser Reise. Eis. Eis. Ich habe lauter Eisbilder. Und Weite. Und da kam tatsächlich auch mal ein Eisbär tatsächlich. Und hast du ihn fotografiert? Ich habe ihn fotografiert, ja. Das war ja, wir sind mit einem Schlauchboot gefahren. Da fährst du dann mit dem Schlauchboot durchs Eis durch. Das ist also ganz toll. Und dann sollte man eigentlich auch den Ton dazu haben, das knistert. Weil im Eis ja hunderte und ja Millionen alte Luftbläschen drin sind. Und wenn das Eis dann anfängt, dann knallen die so wie im Sprudel. Also es hört sich an wie im Sprudel, wenn du in dem Eisbär Wasser wischst. Und dann sind wir mit dem Schlauchboot gefahren und keine zehn Meter vor uns kommt ein Eisbär aus dem Wasser. Wenn man echt Glück gehabt. Weil wenn der, der kann besser schwimmen wie ein Schlauchboot. Und ich weiße, kann der euch eingreifen oder was? Ja, wir sind die normale Nahrungsquelle für ein Eisbär. Und der war satt schon, oder wie? Der war satt. Der hat passiert, ne? Der war satt. Da sind immer, bei jedem Ausflug waren die Jäger dabei mit dem Gewehr. Aber die werden schwer gestraft da oben, wenn sie ein Eisbär schießen. Der steht sehr arg unter Schutz. Und wir sind immer weggegangen, wenn wir einen getroffen haben. Von dem Schutzjäger oder von dem Eisbär? Von beidem. Aber ich wollte ihn doch fotografieren. Ich wollte ihn doch fotografieren. Ja, fotografieren, aber immer von weitem, von der Distanz. Also, nah herankommst du an so ein Eisbär, ne? Der kann bis zu 50 Stundenkilometer schnell laufen. Da kannst du nicht mehr wegrennen. Das ist, ich weiß nichts von Eisbären. Ja, das ist interessant, Eisbären. Deswegen waren ja die alle dabei auf dem Schiff. Okay. Und mich hat das Eis interessiert. Sehr schön. Lieber Bernd, an der Stelle möchte ich eine kleine Pause vorschlagen. Das ist gut. Ja, weil sonst die Kamera geht jetzt aus, weil, glaube ich. Und vielen Dank für dein interessante Interview. Vielen Dank für die Einladung. Bis bald vielleicht nochmal. Ich wünsche viel Erfolg. Dir weiterhin viel Spaß mit deinem Fotografieren und mit deinem aktives Leben. Und viel Erfolg Künstlerbund. Künstlerbund. Vielen Dank. Ja, war nett. Kannst gerne mal wiederkommen. Ja, schön. und bis bald. Ja, schön. Untertitelung des ZDF, 2020